Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Große Dinge werfen ihre Schatten voraus und mit groß meine ich Ant-Man, denn der hat die Bürde oder das Privileg, die fünfte Phase des MCUs einzuleiten mit Ant-Man and the Wasp-Quantomania. Wir werden diesen Film besprechen und mit wir meine ich nicht nur mich, das wäre ja ein bisschen schwachsinnig, nur weil ich alleine. Hallo Timo! Schönen guten Abend! Ich meine, moin moin aus Flensburg. Ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt doch heute nicht. Ja, man muss den Text auch wirklich, war nicht so textsicher heute. Ja, das kriegen wir besser hin, glaube ich. Wir groven uns so langsam ein. Wir haben ja auch kaum Vorbereitungszeit gehabt für das Gespräch jetzt. Nein, gar nicht. Es ist nicht so, dass wir diesen Film schon vor einer Woche gesehen haben und erst kurz vor Kino-Start ab 15. diesen Podcast aufmachen. Das würden wir niemals tun. Das wäre ja Wahnsinn, wenn wir das täten. Das ist ja, also, was denkt ihr von uns da draußen? Schämt euch! 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 Ich sag's jetzt mal ganz, ganz polemisierend und ganz, ganz pointiert. Scheiße. Nee, hat mir wirklich wenig gegeben. Ich mochte ganz viel von den Filmen so fast gar nicht. Ich boh, die hat sich gar nicht einzeln. Ich hab schon mal gesagt, ich fand Black Widow ja irgendwie dann doch ganz gut so in der Retrospektive im Vergleich zu dem, was ich da sonst noch gesehen hab. Bei den Serien bin ich, ich glaub, Miss Marvel hab ich nicht gesehen, den Rest hab ich, glaub ich, gesehen und da ist auch wenig hängen geblieben. Ich weiß nicht, ich würde gar nicht den Vorwurf machen, den viele machen, man weiß nicht so, wo das hinführen soll. Ich glaub, es sind einfach zu viele Schauplätze gerade offen. Es ist das Multivers irgendwie ist offen, dann ist mit Zeit noch irgendwas zu tun, mit Zeitlinien. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht so selber ein bisschen zu viele Baustellen oder Schauplätze geschaffen hat, sodass mir die Phase 4 wirklich, gerade auch im Vergleich natürlich zu Phase 3, wo ich am Ende jetzt nicht müde von den ganzen Zusammenhängen war, sondern eher so, dass ich beeindruckt war, wie man das zu einem guten Abbinder geschafft hat in Endgame. Aber so hat mich dann irgendwie diese vierte Phase, sie reizt mich nicht so wahnsinnig. Und jetzt kommt Phase 5 und wir gucken mal hin, wo das alles hinführt. Ich bin, ich bleibe, gespannt ist jetzt zu groß das Wort. Ich bleibe hoffnungsvoll. Ich bin nicht mehr so interessiert, das ist das Problem. Ich fand Bawil mal eine Zeit lang wirklich, du wusstest, was du kriegst und das war immer qualitativ in Ordnung. Jetzt weißt du halbwegs, was du kriegst. Das ist nicht mehr so ganz in Ordnung für mich. Und, das ist mein größeres Problem, es führt halt nichts mehr auf nichts hin, sondern es hat alles irgendwie da einen Anklang und dann kommt da noch eine Post-Credit-Szene. Und ich habe ja die These, dass Post-Credit-Szene, also der Erfinder der Post-Credit-Szene wollte einfach nur, dass wir uns die Credits alle angucken. Das, wenn er, wenn er wissen würde, dieser Mr. Post-Credit, was aus seiner Erfindung geworden ist. My God, what have I done? Ja. Ja, ähm, ich... Wie ist denn bei dir? Ich war von der vierten Phase komplett überzeugt. Nee, Quatsch. Ich war auch eher ernüchtert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Tatsächlich gibt es einen Film aus der vierten Phase, der mir wirklich gut gefallen hat. und da werden jetzt viele wahrscheinlich mit den Augen gerollen, aber es ist... Ich mochte Thor 4, weil für mich Thor 4 als Klamauk-Spektakel funktioniert hat. Wirklich funktioniert. Äh, der hat das geliefert, was ich erwartet habe und gut ist. Ich meine, und du hast ja auch zwei Filme in einem, was ich ganz praktisch fand. Also, du hast diesen Thor-Film und dann hast du noch diesen Christian Bale-Film. Fand ich cool. Ja, Christian Bale, äh, geht immer, ne? Ja, also, das war auch... Also, du hast wirklich das Gefühl, er spielt in einem anderen Film, aber das macht er halt verdammt gut und einnehmend und da war auch mal so ein Tränchen im Knopfloch und was auch das Visuelle angeht, mochte ich das auch? Nee, Thor 4 würde ich auch... Würde ich hier sogar abnicken. Ich glaube, es ist auch der Film... Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, das ist auch der Einzige, der auch wirklich bei mir nur Disney Plus gekriegt hat. Also, nicht mal Kino. Und dann dachte ich, als ich das sah, das hättest du vielleicht doch auch im Kino sehen sollen. Aber, mei, so ist es halt. Das Problem ist halt bei der vierten... Bei der fünften, nee, doch, vierten Phase ist es, meine Güte. Ich könnte dir jetzt ohne Hilfestellung via Internet nicht sagen, welcher Film oder welche Serien dazugehören. Ich kann so viel sagen, ich habe ganz viele Serien angefangen, aber nicht beendet, wie zum Beispiel Moon Knight oder She-Hulk. Und ich weiß noch, dass zur vierten Phase Dr. Strange in the Multiverse of Madness gehört, wo es mich echt immer noch schmerzt, dass das ein Film sein soll von Sam Raimi. Das merkt man nicht. Und ein Film über Multiversen. Ja. Go everything, everywhere all at once bei den Oscars, sage ich da nur. Ja, go, go, go. Aber, ja, vierte Phase hat keinen Eindruck unterlassen. Also, natürlich kann ich noch sagen, ich fand Wakanda Forever war ein sehr respektvoller Abschied von Chadwick Boseman, aber es war meiner Meinung nach kein guter Film. Sodass ich halt letztlich sagen kann, ich habe drei Filme, an die ich mich erinnern kann. Das eine, weil es von einem Regisseur ist, der normalerweise Besseres abliefert, nämlich Dr. Strange. Dann Thor, der halt einfach als Klamot-Spektakel funktioniert. Ja, und dann halt eben, was war der andere jetzt noch? Siehst du, fängt schon an. Also, sehen wir Shang-Chi und Black Widow noch dazu? Stimmt, Black Widow fand ich auch noch ganz gut. Shang-Chi, also, es tut mir leid, liebe Marvel-Fans, wenn ihr euch jetzt gerade denkt, sind das für Idioten, die haben keine Ahnung. Ihr habt recht, ja, aber auch die haben eine Meinung. Ja. Das ist leider so. Aber gut, pass auf. Lass uns mal jetzt nicht mit einem negativen Blick zurückschauen. Lass uns vielleicht mit einem positiven, hoffnungsvollen Blick in die Zukunft schauen, nämlich zu Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Oder wie ich ihn liebevoll nenne, Ant-Man 3. Timo, kannst du uns kurz sagen, was erwartet denn uns, wenn wir ins Kino gehen, um Quantumania zu schauen? Ja, der dritte Teil von Ant-Man. Dankeschön. Bitte. Ich würde sagen, Fazitzeit. Ja. Skippen wir die ganzen Argumente, austauschen und auch so. Ja, was heißt denn, ob es das ist? Wieder ganz sensibel, ne? Also, wer gar nichts wissen will vorher, seien wir ehrlich, der hat auch dann keine Trailer gesehen, weil sonst wisst ihr eigentlich fast alles, was in diesem Film passiert. Zumindest weite Teile. Es gibt wenig Überraschungen. Scott Lang ist unter die Autoren gegangen, ist nämlich ein Mensch, der anscheinend schon seine, mag man es Memoiren nennen, oder ansonsten auf jeden Fall seine Schreibfähigkeiten versucht hat, unter Beweis zu stellen und macht Lesungen, geht durch die Weltgeschichte, hat nach wie vor mit seiner Tochter Cassie jetzt so ein bisschen Struggle, wie man so neudeutsch sagt. Die ist nämlich Aktivistin. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, für bezahlbaren Wohnraum, nicht Klima, schade, ist aber mit Hope van Dijm zusammen, mit Janet van Dijm und Hank Pym, nee, Hank Pym heißt der, ne? Pym oder Pym? Pym, naja, halt Michael Douglas. Das ist so Patchwork at its best, könnte man sagen. Läuft eigentlich alles ganz gut. Ja, und dann hat aber der Film auch schon nach einer kurzen Zeit ein Problem, denn Janet trägt natürlich ein Geheimnis, wovon sie noch nicht erzählt hat. Und bevor sie dieses Geheimnis erzählen kann, werden alle Beteiligten in die Quantenebene versetzt. Wie das passiert, Drehbuchkniff, verraten wir hier nicht. Und dann spielt der Film wirklich zu, ich würde mal sagen, acht Zehntel in dieser Quantenebene. Und präsentiert uns mal ausgefallene Locations, die vom Rechner kommen, mal nicht so ausgefallene Locations, die aus dem Rechner kommen. Ansonsten ein Cameo, den wir auch schon im Trailer gesehen haben. Und den neuen Thanos, nämlich Kang, den Eroberer. Oder wie wir im Original nennen, Kang Conqueror. Ja, und es entspinnt sich ein fast schon Star-Wars-eskes Sujet, in dem es spielt. Und Quantumania ist besser als WrestleMania, aber nach wie vor irgendwie schwierig zusammenzufassen. Und ja, ob es der beste Marvel-Film ist, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Vielen Dank. Nein, es ist nicht der beste Marvel-Film. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Also zumindest aus meiner Perspektive ist es das nicht. Spoiler-Alarm schon in den ersten zehn Minuten, aber goldrichtig. Es ist kein besonders guter Marvel-Film. Aber es ist nicht alles schlecht, das sei gesagt. Wobei ich sage, wobei das muss ich zugeben, boah, die ersten Minuten, also alles, was nicht in diesem Quantenreich spielt zu Beginn, ist halt wirklich mal öde gewesen, fand ich. Man ist froh, dass es schnell vorbei ist. Ja. Und man hat auch das Gefühl, das hat man schon x-fach gesehen. Und zwar nicht nur bei Marvel, sondern in Blockbustern der letzten fünf Jahre. Dieses zack, zack, zack. Und aus dem Off erzählt einer kurz, was zwischendurch zwischen den Filmen passiert ist. Kann ich nie mehr sehen. Was halt schade ist, weil eigentlich Paul Rudd ja wirklich ein Sympathieträger ist. Aber ich muss sagen, als Ant-Man wird er mir zu forciert auf Sympathieträger vorübergebracht. Also ich dachte mir, in den ersten zehn Minuten, dieser Scott Lang so netter ist, aber der könnte mal ein paar Ecken und Kanten vertragen. Also so sehr man sich im Ersten schon gemüht hat, ihm zumindest dieses Knast-Image zu geben. Und das ist so ein kleiner Hallodry. Und er darf mit seiner Tochter keinen Kontakt haben und wird auch von der Polizei immer verfolgt. Umso glatt gebügelter ist er in Teil 2 und vor allen Dingen jetzt in Teil 3. Also Teil 3 ist auch wirklich, da wird, das fand ich schon einerseits, weil man jetzt darauf verzichtet, groß Exposition im Sinne von, wir etablieren jetzt nochmal so die Figuren, 20, 25 Minuten, und dann geht es in diese Quantenebene. Nee, die schmeißen einen schon halt relativ zügig da rein. Und sie tun daran einerseits ganz gut, während sie aber andererseits sich dann auch sehr darauf verlassen, dass man noch einen relativ guten Draht zu Teil 1 und Teil 2 und zu Ant-Man an sich hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon Probleme, richtig zu rekapitulieren, ob die Beziehung zwischen Scott Lang und Hope van Dijm, ob die jetzt schon so gefestigt ist. Ich hatte eher so, vielleicht habe ich das auch mit Gamora und Star-Lord vermischt. Kann bei Marvel ja schon mal passieren. Ich war gar nicht mehr so sicher, dass die schon so, in Anführungsstrichen, fest problemlos zusammen waren. War das bei dir auch so? Ja, so ähnlich. Bei mir war, was mich komplett rausgebracht hat, ist, dass diese Cassie, also seine Tochter, die jetzt gespielt wird von Catherine Newton, die vor 2, 3 Jahren mit Vince Vaughn in Freaky den Körper getauscht hat. Richtig. Und dass die Hank Pym, also Michael Douglas, Grandpa nennt. Oh ja. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, dann, ich wusste gar nicht, dass Scott Lang und Hope schon lange vorher zusammen sind und eine Tochter haben. Und erst im Laufe des Films oder erst danach, ich glaube, das haben wir, wir haben ja schon vorher ein bisschen über den Film geredet, hast du mich aufgelegt, das sind auch gar nicht ihre Großeltern, der Hank und die Janet, aber wahrscheinlich so adoptierte Großeltern, so freundschaftliche Großeltern. Aber ich weiß doch, ich saß da und musste wirklich in meinem Gedächtnis graben, aber ich habe keine Lösung gefunden, bis ich mir dann gedacht habe, ist auch vollkommen egal. Aber ja, es gab bei mir auch die Momente, wo ich mir überlegt habe, war das schon mal Thema, ist das wirklich wichtig, wurde mir das schon mal irgendwie gezeigt, weil ich die ersten beiden Ant-Man-Filme nicht schlecht finde, ich mag die sogar ganz gerne, weil die sowas, ja, passenderweise sowas Kleines haben. Und was Phantom Man ja nicht mehr so hat. Aber ich würde echt lügen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste noch genau, wie Scott Lang oder Hope van Dyn zu wem stehen. Also das, wie gesagt, ich dachte wirklich lange Zeit, dass diese Tochter von ihm wirklich die Enkelin von Janet und Hanks ist. Oder die Tochter von Hope. Ja und das sagt doch echt schon viel aus über das, was wir da irgendwie sehen, weil ich mochte jetzt Teil 1 schon ganz, also da war es natürlich auch was Neues, visuell Reizvolleres. Ich fand Teil 2 schon sehr, sehr schwach auf der Brust, was das Erzählerische anging. Und dementsprechend für mich, das, woran ich mich an Teil, bei Teil 2 noch erinnere, ist, da war Laurence Fishburne dabei, da gab es irgendwie einen Antagonisten, der Ghost hieß, oder die Ghost hieß und die Post-Credit-Szene, die dann natürlich wichtig ist für wieder die Hinführung zu einem großen Team-Up-Film. Aber ansonsten kann ich aus Teil 2 nichts mehr erinnern, weil das für mich auch, das war im Vergleich zu 1 eine reine Komödie. Warton Goggins war dabei. Ja stimmt. Warton Goggins war dabei. Und es gab diesen schönen Gag mit dem Hochhaus als Koffer. Das weiß ich auch noch. Ha! Ja und dieses Großmachen, dass das so hungrig macht, das weiß ich noch, und müde. Wenn man dann nichts isst, ist ganz schlimm und das war dann aber auch wieder eher so Comic-Relief im Teil 2. Und Comic-Relief ist vielleicht ein gutes Stichwort für Teil 3. Da hat man hier, finde ich, doch schon nicht arg, aber schon signifikant abgespeckt. Es wird ein bisschen ernster, weil auch die Bedrohung eine ernste zu sein scheint, wobei man vom Bild ab her, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vom Bild ab her ist es schon, wäre es schon ganz gut, so gar keine Trailer zu gucken, weil ansonsten denkt man halt eine Stunde lang, ja, ich weiß doch, wer kommt. Zeig doch jetzt mal den Knilch. Zumal er ja in dieser mittlerweile auch sehr ausgelutschten, wir zeigen schon was aus dem, aus der, aus der Backstory, also aus der Vorgeschichte und dann springen wir zurück oder wir springen vorwärts in die Gegenwart. Es ist auch so ein Drehbuch, ich will das gar nicht mehr kniffen, es ist so ein Drehbuch-Move, den ich schwierig mittlerweile finde, weil er auch so ausgelutscht und ausgenudelt ist. Ja, pass auf, lass uns mal den Wertenherrn Conqueror oder Kang ein bisschen aufschwaren, zugleich, und kommen wir erstmal jetzt zu diesem Quantum-Reich, das wir jetzt besuchen und du hast es ja schon dezent angesprochen, es kommt aus dem Rechner, wer hätte es gedacht und ich weiß gar nicht, ob du jetzt die Trailer gesehen hast, ich hab sie gesehen oder ich weiß gar nicht, ob es alle waren, aber ich hab eins oder zwei hab ich gesehen davon und es sah im Trailer furchtbar aus, es sah widerlich aus, es war potthässlich und ich finde, es sieht immer noch nicht richtig gut aus, mir ist das zu klinisch, zu sauber, aber es sieht nicht verkehrt aus, ich finde, also zumindest ich hatte nie das Gefühl oder nicht immer das Gefühl, cool, ich seh mir gerade eine CGI-Wand an. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber das Problem hatte ich nicht, wie war es bei dir? Wie war für dich dieser Look und der Feel vom Quantum Realm? Es war okay, es hat so eine komische Mischung aus vielen bekannten Versatzstücken, so Reise ins Ich, ein bisschen Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft, ein bisschen Strange World, den du noch nicht gesehen hast, der jetzt auch gerade frisch von Disney gefloppt ist sozusagen, da hatte man vielleicht auch das Gefühl, dass man so die eine oder andere Animation vielleicht übernommen und variiert hat, aber es war für mich okay, es sind dann Anleihen dabei von visueller Art, die dann schon sehr, sehr stark ins Star-Wars-Universum gehen, gerade so was, was so, ja, Charaktere angeht, die so auf der Bildfläche sind, was so die, 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 die in Anführungsstrichen Größe der Quantenebene angeht, das hatte für mich schon sehr, sehr viel Star-Wars-Look und zwar dann aber so den Lucas-Prequel-Look, also nicht dieses Andor-Gefühl, wo man so, das auch greifen kann und das irgendwie in Anführungsstrichen fast schmecken kann, was da passiert, sondern es ist schon sehr, sehr glatt gebügelt und klinisch, aber, äh, um das positiv abzurunden und auch wirklich den Eindruck, den ich hatte, es ergibt sich irgendwie ja organisch, also dadurch, dass die, die Ebene, auf der das spielt, die Quantenebene ist und ja so abstrakt ist wie nur irgendwas, hatte ich damit jetzt nicht so große Probleme, dass das jetzt in der Animation nicht ganz perfekt war und auch jetzt nicht für mich immer so das Gefühl hatte, so dass ich die, die jeweiligen Orte und Locations kenne, den schlechten Witz aus dem Vorgespräch von der letzten Podcast-Aufzeit und dass sie das alles nicht on location gedreht haben, den spare ich mir an dieser Stelle. Schade, darauf hatte ich mich eigentlich schon gefreut. Ja, den schneidest du auch unbedingt raus, ganz wichtig. Aber natürlich. Nicht, dass der noch in die Folge kommt. Das wäre, das wäre, das wäre furchtbar. Furchtbar. Warte, schreibe ich mir gleich auf, dass ich das rausschneude. Was ich halt wirklich toll fand an diesem Quattenreich sind die Bewohner. Du hast ja schon Star Wars angesprochen und man merkt sehr deutlich, dass, ich will nicht sagen, dass sie sich von direkt von Star Wars haben inspirieren lassen, aber halt eben von den Filmen, die Star Wars inspiriert haben beziehungsweise George Lucas. Weil diese, diese Flora und Fauna ist halt wirklich wild. Sehr kreativ, sehr bunt und vor allem, sie haben, es wirkt zumindest auf mich so, als ob das, als ob sie der Fantasie keine Grenzen setzen. Also es gibt halt wirklich, es gibt Schneckenpferde, es gibt Brokkoli-Menschen, es gibt lebendige Häuser mit Tentakeln, die ein bisschen nach Phallus-Symbolen aussehen. Da ist wirklich alles drin und das Schöne ist, es wirkt nicht so nach dem Motto, wir haben hier irgendwas reingetan, damit es cool aussieht, sondern wir haben hier etwas reingetan, um Spaß zu haben, um kreativ zu sein. Und das funktioniert für mich wirklich herausragend an diesem Film. Dieses Quantumreich ist ein Ort, der, ja vom Aus, von der Optik her, Optimierungspotenzial sehe ich da. Aber von dem Ideenreichtum her fand ich es toll. Und du merkst bei Marvel, die von Feige, glaube ich, sehr früh in Phase 4 angekündigte, auf der Erde haben wir jetzt eigentlich genug Zeit verbracht, wir wollen jetzt andere Welten erkunden und damit hatten wir vielleicht am Anfang ja eher so andere Planeten gedacht. Das ist auch schon dann auf diesen Film bezogen, weil das schon reizvoll ist und das gebe ich dem Film, weil die wirklich sehr, sehr lahme Einführung zügig vorbei ist. und die ist dann, wie ich finde, von der Konstruktion her in der Story nicht so unbedingt kreativ gelöst, aber sei es drum. Aber das ist schon, das ist dann schon reizvoll, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, wir sehen irgendwie wieder den berühmten Skybeam und das ist irgendwie da wahlweise New York, San Francisco wäre es bei Ant-Man oder eine andere amerikanische Großstadt, die irgendwie dann am Ende zerstört wird. Sondern das ist halt schon was Unverbrauchtes, Neues. Dass es alles aus dem Rechner stammt, ja, das nehme ich dann in Kauf, das ist okay. Jetzt gibt es aber halt das große Problem, dass dieses Quantum-Reich, es ist ja keine Natur-Dokumentation von der BBC, was glaube ich echt lustig wäre und cool wäre, es muss natürlich auch eine Geschichte geben und die funktioniert nicht so richtig, um es mal nett auszudrücken. Sie sind ja nicht freiwillig da, sie wurden ja quasi reingezogen halt von einer bösen Macht. Welche böse Macht könnte es sein? Hattest du das Gefühl, dass das eine Geschichte ist, die dir da hervorgesetzt wird, die für sich stehend funktioniert? Na, schwierig, weil ich ja schon sagte, dass sich so auf der emotionalen Ebene sehr auf Vorgängerfilme verlassen wird. War es auch so, also ich glaube ja mittlerweile, dass Marvel so wie, also die machen das so zweischneidig clever und gleichzeitig für mich als jemand, der die Comics nun fast gar nicht kennt, erwarten sie, dass ich dann die Berichte um die Filme rumherum, dass ich mir da so in Anführungsstrichen was anlerne oder anlese. Damit meine ich, dass man schon ja viel vorher weiß, ah ja, das ist der Film, der diesen Bösewicht etabliert und das passiert dann so und so. Also das wird dann und das wird noch wichtig. Das ist immer ein ganz wichtiger Satz im Marvel Cinematic Universe. Das wird noch wichtig in Phase 7 sozusagen. Du weißt, was ich mit dieser ironischen Übertreibung meine. Es ist halt irgendwie, es ergibt sich für mich nicht so wahnsinnig viel organisch und es wirkt, es ist schon sehr, sehr konstruiert. Es hat dann auch, wir sind ja noch im nicht so Spoiler-Teil, aber wie gesagt, ich hatte vorher schon gesagt, wer gar nichts wissen will, hört diesen Podcast ja eh erst, wenn er im Kino war, kenne ich zumindest von aus. Ich finde diesen, diesen Drehbuchansatz, dass also Janet van Daim ein Geheimnis mit sich trägt und das dann natürlich erst rausposaunt, so ich glaube nach einer Stunde, 15 Laufzeit und nur verhindern möchte, dass man nicht in diese Quantenebene geht und natürlich, es ist ein Film von Marvel, sie kann es nicht verhindern. Ach, da dachte ich schon so, ey, das ist so, das, was ich auch nicht mehr sehen mag. Also ich muss euch fast, ich habe euch nicht alles erzählt. Ich glaube, wenn ich irgendwie, in welchem Exil auch immer ich für 30 Jahre plus X gewesen wäre, ich hätte glaube ich als erstes, wenn ich da rausgeholt werden würde, so und pass mal auf, da gehen wir nie wieder zurück hin. Egal was es ist, das machen wir nicht. Und so zieht er das so ein bisschen, diese Idee aus dem Arsch, die in Teil 2 schon angefangen wurde mit der Quantenebene und zieht das dann, zieht das dann natürlich irgendwie konsequent durch, weil er wirklich einen Großteil, ich sage, der 8 Zehntel so ungefähr auf dieser Quantenebene spielt und das ist durchaus visuell reizvoll. Aber so was die, was das Organische angeht, dass das jetzt so alles so passiert, so auch aus den Figuren motiviert, nee, das hatte ich halt nicht. Ich hatte eher so das Gefühl, dass das Drehbuch das vorsieht und auf Seite 12 passiert das. War das bei dir auch so? Ja, komplett. Komplett. Also, wir hatten auch im Vorgespräch das schon mal festgelegt, dass wir auch gar nicht mehr wissen, was in den Filmen richtig vorkommt, also die Geschichte. Was zwei Sachen beweist, einmal, Timo und ich sind halt alt, aber auch, dass das keine gute Geschichte ist, denn es gibt Filme, da können wir nach sechs Monaten noch drüber reden oder nach mehreren Jahren, ohne sie neu zu sehen und bei Ant-Man 3, wo unsere Sichtung jetzt, glaube ich, knapp eine Woche her ist, fällt es uns dann schon etwas schwerer. Und was mich halt wirklich, wirklich mittlerweile aufregt, was du auch schon angesprochen hast, ist, ich hasse es, dass es mittlerweile so ist, dass du wirklich, um zu verstehen, was eigentlich jetzt Sache ist oder was Phase ist, verstehst du? Dass du da mittlerweile wirklich YouTube-Erklärvideos brauchst. Das kann es nicht sein. Das ist kein gutes Storytelling und da können mir noch so viele Fans sagen, ja, aber in den Comics, das ist doch voll clever oder das ist doch voll komplex. Nee, es ist nicht komplex, es ist nur kompliziert und es ist schlecht erzählt. Du hast immer das Gefühl, es könnte im Kino unten so ein Banner laufen, Disney Plus Abo ab 8,99 im Monat können sie hier bestellen. Also, du, fand ich noch krasser als schon bei Doctor Strange 2, wo du den vollen Impact nur hast, wenn du WandaVision gesehen hast und diese Figur schon besser kennst als durch die Filme und gleichzeitig dir wie du die Frage stellst, mit Wanda so stringent ist das jetzt aber nicht erzählt, was da passiert. Naja, gut, sie soll halt der Antagonist auf Teufel komm heraus sein, dann kaufe ich das, zumindest ein bisschen. Und hier ist es ja, also, ich weiß, du müsstest quasi so, früher bei der Cinema stand immer unten drunter, dieser Film gefällt ihnen, wenn sie das und das und das und das mögen. Bei Marvel müsstest du mittlerweile darunter schreiben, diesen Film verstehen sie am besten, wenn sie vorher noch das, das und das gesehen haben. und ich glaube, ohne Loki, ohne, ich glaube, du könntest sogar auf die ersten beiden Ant-Man-Filme eher verzichten, als auf viele Dinge, die in Phase 4 so ganz, ganz sanft angedeutet wurden. Ich glaube, Loki brauchst du definitiv. Also, ich war froh, dass ich Loki, mich an Loki zumindest noch teilweise erinnert habe, obwohl das Ende auch von Loki von der ersten Staffel alles andere, als mich zufriedenstellen war. Aber es ist halt, ich glaube und ich fürchte, dass sie mich sowieso, weil ich ja nun wirklich nicht so viele Serien gucke, wobei ich sogar Moonlight zu Ende geschaut habe im Vergleich zu dir oder im Gegensatz zu dir, aber mich verlieren sie durch sowas, weil ich da keine Lust habe, so viel Zeit zu investieren. Ich möchte ja diesen modernen Eskapismus betreiben. Ich möchte mal auf die Kinoleinwand schauen und zwei bis zweieinhalb oder auch, ja, danke James Cameron, auch mal drei Stunden und zwölf Minuten möchte ich ja einfach mal aus Alltag entfliehen und nicht so viel nachdenken oder und zumindest, wie du auch sagst, das so kompliziert zu machen. Das ist ja nicht komplex, sondern kompliziert. Und das ist hier, ich glaube, du bist noch aufgeschmissener als schon bei Doctor Strange 2 in Sachen Wanders Motivation und Wanders Charakter, wie wir es hier bei dem vorhin schon mal angedeuteten Kang sind, weil du so denkst, was soll das denn jetzt? Also, was erzählt er da von irgendwelchen Zeitlinien und solche Geschichten? Schwierig. Kann ich nur zustimmen. Also, ich war wirklich nach der Sichtung des Films auch ein bisschen sauer, weil das einfach kein gutes Storytelling ist und das ist schade, denn alleine von der Besetzung her ist das ein toller Film. Ja. Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Evgeny Lilly, Paul Rudd, dieser William Jackson Harper, glaube ich, heißt der, der eine sehr lustige Rolle hat, den kennen wir aus Midsomer. Das ist, besetzungstechnisch ist das top, aber erzählerisch ist das, ist das nix. Und auch, wenn ich jetzt wirklich mich, viele Leute, mich aufrege, aber das, das, das wird auch, wenn das so weitergeht, auch nichts werden, weil du kannst einfach kein gutes Haus bauen, wenn der, die Grundlage schon scheiße ist. Also du fragst dich natürlich irgendwie und das haben wir uns nach, nach so einem Film wie Avengers 2012 nicht gefragt, also ich glaube nicht, dass wir da so fortgefahren, so und wer ist jetzt der große Antagonist für die nächsten vier Team-Up-Filme? Wir sind jetzt aber permanent auf der Suche nach dem nächsten Thanos und weil Marvel natürlich einen Fundus an krassen Bösewichten hat, haben sie jetzt halt gesagt, ja, wir nehmen jetzt mal diesen Kang und wie wir den einbinden, ja, also über weite Teil von Phase 4 lassen wir das da in der Serie ein bisschen, und die müsst ihr halt dann auch abonnieren, dann unseren Streaming-Service von unserem Major und dann, ja, weiß nicht so, dann starten wir mal Phase 5 und da kommt er dann richtig, richtig krass vor und da müsst ihr euch dann, was die Story angeht, also das ist ja dann nicht so wichtig, denn weite Teile dieses Films bestehen ja auch daraus, dass Figuren wie jetzt zum Beispiel die von Michelle Pfeiffer gespielte Janet oder halt auch Kang selber was erzählen und zwar Motive erzählen, anstatt dass wir sie gezeigt bekommen. Das ist übrigens auch eine Sache, die mich auch ein bisschen aufgeregt hat, ganz oft in diesem Film werden dir Sachen nochmal erklärt, die du aber selbst gesehen hast. Richtig. Und das ist dann auch immer so eine Unart, ich meine, ich sehe doch, was da passiert und dann ist es quasi so, dass die Figur dann steht so, ja übrigens, was ich doch sagen wollte, du musst es nicht sagen, ich sehe es doch. Ja und gleichzeitig hast du das, was dann manchmal übererklärt wird, fehlt dann wieder an anderer Stelle, also nochmal wieder, wer jetzt ganz zimperlich ist mit Verraten von irgendwelchen Details, es ist ja so, dass in dieser Quantenebene ganz lange etwas schwillt, so eine nicht näher genannte Bedrohung, es stellt sich dann raus, dass das dieser Kang ist und dass der da anscheinend die Massen unterjocht und seine Macht quasi ausübt und sie alle Angst vor ihm haben. und dann gibt es so eine Art von Resistanz oder Widerstand, aber von diesen, einer Handvoll Figuren, der von dir angesprochene, ist ja noch der, der am meisten in Gedächtnis bleibt, der von William Jackson Harper gespielt, ich glaube der heißt Quaz oder so, der kann halt glaube ich Gedanken lesen und macht dann so einen Buzzer und dann erzählt er, dass das gerade nicht stimmt, was der andere sagt und das sind dann schon mal so ein paar Comic Momente, aber so der Rest, die eine Widerstandskämpfer, ich weiß leider auch gar nicht, wie sie heißt und ich weiß auch nicht, wer die Schauspielerin ist, aber die hat so irgendwie was, die wirkt irgendwie so bekannt, aber die kriegt halt so als Figur kein Fleisch und deswegen bleibt die völlig, also selbst, ich meine, die sagen ja, hier ist so ein Widerstand und das sind die und du hast auch so Momente, wo du merkst, sie wollen die Knöpfe drücken, aber sie funktionieren halt nicht, weil das nicht gut auserzählt ist. Pass auf, ich mache es jetzt wie Marvel, weil eigentlich könnte ich jetzt mit dir oder würde gerne mit dir jetzt mal endlich über Kang, den Eroberer reden, gespielt von Jonathan Majors, aber wir machen es wie Marvel und stattdessen wechsle ich jetzt das Thema hin zu Action. Oh ja. Denn, was ich an den ersten beiden Ant-Man-Filmen mochte, war die Action, die war kreativ. Sie haben gut mit dieser Größe oder mit der Winzigkeit des Helden gespielt. Du hattest im ersten Teil ja diese, ich sag mal, diese Fluchtsequenz vor dieser Spielzeugeisenbahn oder diese kurze Passage, wo auch der Plattenspieler ist. Wirklich richtig schöne Sachen. In Teil 3 fehlt so was hier größtenteils. Das wirkt alles, nicht alles, aber das meiste wirkt im Action-Bereich sehr generisch. Selbst dann, wenn Ant-Man seine Kräfte mal wirklich bis zum, ich sag mal, Optimum ausreizt, ist da nichts drin, wo ich sage, Holla, das ist jetzt eindringlich oder eindrucksvoll. Gerade wenn man bedenkt, dass Ant-Man, wenn er will, ja auch so groß sein könnte wie Godzilla, was er ja manchmal auch ist, ist die Action, die daraus entsteht, nicht erinnerungswürdig. Es war zu keiner Zeit, kein bisschen. Und die Vorgänger, beide Teile, waren in Sachen Action jetzt vielleicht auch nicht gerade die Meisterwerke, aber sie hatten zumindest einzelne Momente, Szenen, Augenblicke, wo ich mir zumindest dachte, hey, das macht Spaß, das habe ich so noch nicht gesehen. Bei Ant-Man, Quantumania ist es, ja, es ist alles gleichförmig für mich. Ja. Da war nichts drin. Es ist nichts mehr innovativ, was vielleicht auch dem geschuldet ist, dass halt Ant-Man so als Kräfte hat, dass er halt kleiner oder größer werden kann und mit diesen Pim-Partikeln Sachen kleiner und größer machen kann. Aber that's it dann auch. Und ich konnte dann irgendwann diesen Move, sich kleiner oder wahlweise dann wieder größer zu machen, bevor man einen Gegner umknockt, das hat man dann irgendwann nach dem zweiten, dritten Mal, hat man sich so satt gesehen daran, sodass das visuell überhaupt nichts Reizvolles hat. Und ja, am Ende des Tages, und da bricht einem dann halt auch vor allem der finale Trailer so ein bisschen, bricht dem Film selber so ein bisschen das Genick, weil du ja, du weißt fast schon durch den Trailer, wie so der Aufbau des Films ist. Also, das finde ich immer ganz schlimm, wenn der Trailer quasi eine Kurzform des Films ist und keine kleine Vorschau, sondern wirklich mir die Struktur des Films vorgibt. Und so weißt du, bei gewissen Szenen, es passiert hier eh noch nichts, weil diese Szene ist im Trailer und die war wichtig im Trailer, weil sie im Trailer die Klimax war, dann wird's ja wohl im Film auch die Klimax sein. Ja, weiß ich, Action, Marvel hat ja auch immer dieses Fistfight-Problem, also am Ende sind noch so viele tolle CGI-Effekte und noch so tolle Welten und am Ende hauen die sich auf die Glocke. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen zu wenig, oder? Dass dann auf einmal der gute alte Faustkampf wiederkommt. Und zwar auch nicht irgendwie toll choreografiert, so a la John Wick oder so, sondern da hauen sich halt zwei im Streetfight auf die Mütze. Das ist ja das, was die Captain America-Filme recht gut hinbekommen haben. Ja. Muss man mal sagen. Das ist hier aber nicht der Fall. Gut, dann sind wir auch bei der Action einer Meinung. Pass auf, dann wollen wir, komm, lass uns mal abkängen. King der Oberer ist, wie du schon gesagt hast, der neue Thanos. Und während Thanos ja in den Filmen immer mal wieder, also in den alten Filmen immer so leicht angeteasert worden ist, ich glaube, das erste Mal zu sehen, bekamen wir im Abspann von Avengers 1. Und das Schöne bei Thanos war, ich wusste immer, woran ich bei Thanos war. Ich wusste, was der ungefähr kann. Er war einfach groß, böse und es ging um diese Steine. Kang habe ich jetzt das erste, oder Kang das erste Mal, glaube ich, gesehen bei Loki. Da wurde mir immer gesagt, ja, das ist aber nicht der Kang, das ist ein Kang. Dann wurde er noch fast irgendwas gesagt und ich blicke nicht durch. Und nach dem Ende von Quantumania weiß ich jetzt echt immer noch nicht, war das jetzt wirklich der eine Kang? Ist das noch? Kommt der noch? Und weißt du, was das Schlimme dabei ist? Es ist mir auch vollkommen egal. Ja, es erreicht eine Beliebigkeit und eine nicht mehr vorhandene Fallhöhe. Ist das dann eine Falltiefe? Weiß ich nicht. Aber es ist dann, es ist einfach egal, weil du durch diese ganzen etablierten Dinge, zumindest durch Loki etablierten Varianten und durch Doctor Strange 2 angeteaserten Multiversen denkst, ach, weißt du was, wenn, selbst wenn eine Figur oder ein Antagonist stirbt, es gibt bestimmt noch drei, vier oder zig Varianten, die das irgendwie im nächsten Film dann regeln können. Und dann wird es halt irgendwann richtig, richtig, für mich zumindest richtig, richtig langweilig und austauschbar. Weil dann kannst du natürlich eine, und über die Darstellung von Jonathan Mayers können wir gleich noch gerne reden, weil das sind dann, glaube ich, lobende Worte, die wir auch mal fallen lassen können. Aber so erreicht es für mich eine Beliebigkeit und Austauschbarkeit, die dann so wirklich mir auch die endgültige Marvel-Lust wahrscheinlich nehmen wird irgendwann. Also ich bin jetzt schon durch Phase 4 so hart unterwältigt, dass ich sage, ja, früher hätte ich dir auch sagen können, welcher der nächste Marvel-Film ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin sowieso überrascht gewesen, dass Quantumania schon im Februar läuft und dachte, aha, interessanter Starttermin. Glauben sie nicht so recht an den Erfolg? Oder ist es so, ey, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, wir machen jetzt mal so einen richtigen Februar-Blockbuster, bevor die Sommersaison beginnt? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der nächste Marvel-Film ist Guardians of the Galaxy. Es ist tatsächlich schon Guardians und der kommt doch jetzt aber, der ist doch dann im Mai, Anfang Mai. so Restsommer, also Mai, Juni? Anfang Mai kommt er. Anfang Mai dann doch schon, okay. Ja. Ja. Ich finde es so traurig, weil, und der Jonathan Majors, der hat eine Präsenz. Absolut. Das kann man eben nicht nehmen. Und der, also, wenn es nur daran liegen würde, würde ich sagen, super, ihr habt einen richtig guten neuen Megaschurken für die nächste Trilogie der nächste Mal gehabt, für die nächsten drei Phasen. Aber, es ist, ich, ich verstehe es einfach nicht, was ist das jetzt, was soll das sein? Und, ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht, was im Abspann kommt, aber, es fühlte sich am Ende wieder an, als ob der gesamte Film letztlich auch nur wieder eine Werbung ist für die zweite Staffel Loki. Was dann auch irgendwie interessant ist, weil im Prinzip ja Loki dann auch nur wieder die Werbung war für Endman 3. Das ist so, dieses Perpetuum mobile des Bewerbens irgendwie. So eine Popkultur, die sich selbst frisst quasi, weißt du? Ja. Das ist so schlimm, weil es gibt so viele Sachen an dem Film, die an und für sich gut sind, die funktionieren. Dazu gezählt auch schon von Majors, der, wie gesagt, der hat eine Präsenz. Wenn der wirklich schauspielert, dann hat das auch eine Gravitas, hat das eine Wucht, eine Stärke. Aber das wird alles zunichte gemacht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Marvel aktuell daraus was lernt. Ich will ehrlich sein, bei Guardians of the Galaxy gehe ich rein, weil ich mochte die Vorgänge. Das sind für mich die beiden besten Marvel-Filme außerhalb der großen Teamfilme. Ich liebe diese Guardians-Filme, finde ich toll. Aber danach sehe ich nichts rankommen an mich, wo ich sage, da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt. Weil ich habe keinen Bock auf die zweite Staffel Loki, ich habe keinen Bock auf The Marvel, wie es heißt, ich habe keinen Bock auf Ironheart und die ganzen anderen gefühlten 20.000 Serien und Filme, die sie angekündigt haben. So hart es klingt, aber ich habe schon viele schlechte Marvel-Filme gesehen, die auch schlechter waren als Quantumania. Aber warum auch immer, immer, Quantumania ist der Film, der es jetzt wirklich erstmals geschafft hat, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr habe drauf. Gratulation. Man ist so übersättigt von dem ganzen Zeug und dann ist es ja, wie wir, glaube ich, auch gut herausgearbeitet haben, Algenob stinkt, ich weiß, das ist halt auch so Selbstzweck, was mittlerweile erzählt wird und das ist einfach ja nicht, das ist ja nichts Spannendes, was da erzählt wird. Du fieberst, finde ich, kaum mit, es sei denn, du bist halt irgendwie kompletter Comic-Fan, oder Marvel-Hooligan beziehungsweise Ultra und wenn du dir so nichts aus Einzelerzählung machst und immer nur so denkst, das führt dahin, wie geil und es geht ja weiter und so weiter und ich habe ja letztes Jahr vor allen Dingen, glaube ich, die Filme gefeiert, selbst wenn sie ein Sequel waren, wo man nicht die Frage gestellt hat, ja, brauchten wir das, sondern die dann einfach rund waren, wo du das Gefühl hattest, so und jetzt ist auch Schluss und das ist halt bei Marvel mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall. Du hast irgendwie, selbst wenn alles vorbei ist, bleibst du bis zum Abspann sitzen und weißt, es kommt irgendwie, es wird noch ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert und es geht mittlerweile, es geht mir wirklich hart auf die Nerven. Das ist natürlich auch billig, was wir wahrscheinlich machen, also Marvel-Bashing ist ja mittlerweile nun wirklich alles andere als Publikums, unaffin und besonders kreativ, aber es ist halt wirklich so, Leute, wenn ihr halt Bock habt auf irgendwie was Innovatives in visueller Hinsicht oder erzählerischer Hinsicht, dann glaube ich, ist Marvel momentan nicht die richtige Adresse für euch und wir haben ja über Johnson Mayers, hast du schon wirklich lobende Worte gesagt, der macht wirklich das Beste aus dieser Rolle. Der kann innerhalb von Sekunden Emotionen so switchen, wie es, ich vergleiche das oder habe es mit dir auch schon in einem der Vorgespräche mal mit Mel Gibson erklärt. Also er hat so eine so eine pathetische Emotionalität. Der ist so kurz vor Tränen und im nächsten Moment beißt er die Zähne zusammen und du hast das Gefühl, er könnte auch wirklich mit den bloßen Händen den Kopf abreißen. Dann ist aber seine Figur, finde ich, so nicht schon wieder beliebig, aber du kriegst so einen Anflug von Backstory, obwohl nochmal zwei Figuren Sachen erklären zu ihm, aber so richtig auch nicht. Du siehst so, du siehst eine Montage, einen Zusammenschnitt, was er wohl, was er wohl, erledigt hatte ich fast gesagt, was er wohl angestellt hat, was er wohl getan hat, aber mehr ist es dann auch nicht und er selber bleibt da auch relativ vage und ich weiß halt jetzt nicht, soll das in weiteren Filmen nochmal mehr Fundament bekommen, weil das kann ich mir bei dem Ausgang von Post-Credit-Szene und des Films irgendwie schwierig vorstellen von der Gestaltung her, um jetzt einen kompletten Spoiler zu vermeiden. Das ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das schade ist oder ob es so Perlen vor die Säue ist, also, weil wie gesagt, da sind, also was die Darstellung angeht, wirklich von Marvel-Bösewichten, das ist mir am ehesten in Erinnerung von diesem Film geblieben. Da sind wirklich viele, viele austauschbare CGI-Monster oder austauschbare Bösewichte, deren Motivation ich nicht verstanden habe. Bei diesem Kang habe ich sie so ein bisschen verstanden und ein bisschen greifen können, aber vor allen Dingen hat mich da die Darstellung von Jonathan Mayers, die fand ich wirklich, ähnlich wie beim von uns auch vor kurzem besprochenen Dave Bautista A Knock at the Cabin, die hebt so diesen Ant-Man-Film für mich so leicht über das erträgliche Maß des völlig Durchschnittlichen. Ja. Also, ich bin halt auch, wie gesagt, wütend drauf, weil ich glaube, dass in Quantumania ein guter, fantastischer Abenteuerfilm gesteckt hätte. Ein Film, der so ein bisschen versucht, so die gute alte Zeit des Science-Fiction und Fantasy-Films aus den 40er und 50er, 60er Jahren wieder aufleben zu lassen. So ein bisschen, also viele mögen ihn nicht, aber ich mag ihn sehr von Look at the South Valerian. So in die Richtung hätte er gehen können, aber letztlich ist er dann doch zu sehr bemüht, halt diese Maschinerie irgendwie am Laufen zu halten, sodass dieser Film einfach nichts Eigenes wirklich hat. Der kann nicht auf seinen eigenen Füßen stehen, weil die einfach zu mickrig sind. Der fällt um. Der hat das Problem, dass er halt einfach diesen Ballast mit sich rumschleppen muss. Und ich wiederhole mich, ich sehe auch nicht in Zukunft, dass da irgendwo mal ein Film kommt, der mal wirklich aufräumt. Das wird uns jetzt noch lange begleiten und es heißt nicht, dass nie wieder ein guter Marvel-Film kommt. Das will ich nicht behaupten. Da gibt es Potenzial nach oben, gar keine Frage. Aber Quantumania hat so viele schöne Einzelmomente, aber es reicht nicht aus, um daraus einen, wie ich finde, überzeugenden ganzen Film zu machen. Und was ich halt auch traurig finde, der Film wurde erneut gedreht von Peyton Reed. Der hat vorher so Sachen gemacht, wie der Ja-Saga oder Down by Love. Also ich würde nicht sagen, dass Peyton Reed ein Künstler ist, das ist ein Handwerker, ein guter Handwerker. Und es ist so traurig, wenn man überlegt, dass dieser Handwerker jetzt eine fantastischere Welt in Quantumania hinbekommt, als Sam Raimi in einem Film über Multiversen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also das ist auch was, wir wollen nicht unter High-Not enden, ich weiß auch noch nicht, ob wir schon so auf der Zielgeraden sind, aber das gebe ich dem Film auch tatsächlich, dass er mir von dem, was er, was Doctor Strange war, wirklich uns beide, vor allen Dingen, weil wir unter dem wahrscheinlich noch sehr, sehr aktuellen Eindruck von dem Daniels-Film, sollen wir ihn wieder nennen? Ach komm, Everything, Everywhere, All at Once. Unbedingt gucken. Go Oscars! Go Oscars! Go Oscars! Dass wir da natürlich unter dem Eindruck dieses doch abstinkende Anteasern von Multiversen nicht so prickelnd fanden, da macht, finde ich, Ant-Man, Quantumania, ich vergesse immer, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, da macht er schon eine Menge draus. Was ich dann aber schade finde ist, also der ist ja nun nicht irgendwie breit erzählt über zwei, drei Stunden, sondern der hat eine... Das stimmt, der ist relativ kurzweilig. Genau, der ist halt auf 125 Minuten, ich sag mal, runtergedampft, hätte mir aber, weil ich dann diese Welten, ich hatte den Star-House-Vergleich schon mal gezogen, davon hätte ich gerne mehr gesehen, also noch mehr, ich wäre da gern noch mehr eingetaucht und dann hätte das, finde ich, im großen Pay-Off, im dritten Akt, hätte das noch mehr gezogen für mich, weil dann auch so, wie gesagt, ich sagte, da sind einige charismatisch wirkende Figuren, die mir aber eher, die bleiben für mich eher kalt oder haben nicht genug Fleisch, sodass ich damit fiebere. Dann finde ich, also das ist, ich weiß gar nicht, ob wir das spoilern wollen, aber dann taucht eine Figur aus der Marvel-Reihe, sag ich jetzt mal kryptisch auf, das war ähnlich wie bei Shang-Chi, dass ich dachte, was soll der oder die denn jetzt da? Und du hast auch das Gefühl, das ist einfach nur wirklich sehr, sehr billiger Fanservice und ich weiß nicht, ob Ant-Man sich diesen Fanservice schon erarbeiten musste. Ich weiß nicht, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber ging es dir da auch so? Also ich weiß, welche Figur du meinst, ich mochte die Figur, weil sie so was Wahnsinniges hat, weil die einfach so übertrieben ist und so auch teilweise gar nicht da richtig reinpasst, obwohl dieses Quantum-Reihe wirklich schwachsinnig ist, was da rumläuft, aber diese Figur ist so nochmal übertrieben, dass ich dachte, das passt gerade nicht rein und das gefiel mir wiederum, aber was wir halt mit der Figur machen, ist halt auch öde, weil, ja komm, am Ende ist das Letzte, was sie sagt, sowas wie, ich habe gelernt, man soll kein Arsch sein, danke schön. Also, da hätte man auch da mehr draus machen können, aber ja. Fortune-Cookie-Spruch, Niveau. Ich muss auch sagen, man könnte natürlich jetzt sagen, pass auf, wir machen ein Fazit und dann machen wir ein Spoiler-Part, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll, weil es ist halt alles nur ein Angeteaser, wir können natürlich verraten, was angeteasert wird, aber ganz ehrlich, wenn es euch interessiert, geht ihr ins Kino und bleibt sitzen, also warum soll ich mir jetzt lügen? Wir lügen uns doch, nicht mal Endgame hat dafür gesorgt, wo es keine Endcredits oder Postcredits hier gibt, dass ihr sagt mittlerweile, ach komm, da kommt nicht so Wichtiges, wir stehen auf. Nein, ihr bleibt doch sowieso alle sitzen. Wenn ihr, da könnt ihr bei YouTube die ganzen Erklärvideos und wer ist das im Abspann von Ant-Man, Quantumania, könnt ihr dann alles bei uns gucken, das machen wir nicht, finde ich. Wobei, ich möchte auch mal, also nicht jede Postcredits ist eine Scheiße, ich liebe zum Beispiel die Postcredits Szenen bei Marvel, die aber nur witzig sind, das mag ich. Zum Beispiel bei Spider-Man Homecoming, wenn dann einfach dann Captain America da steht und sagt, Geduld, ist eine Tugend, großartig, aber ich hab keinen Bock mehr auf diese, guck mal hier, das sind zwei Figuren aus einer Serie oder am nächsten Film, oh was machen die wohl jetzt hier? Wenn es dir denn erzählerisch so wichtig ist als für das Gesamtkonstrukt, warum ist das denn nicht, also na klar, du kannst diesen Amazing Spider-Man 2 Move machen und das alles noch in deinen Film packen und dann hast du halt das Problem, dass es keinen weiteren Teil gibt. Das können wir bei Marvel, glaube ich, ausschließen. Dementsprechend, wenn es denn so wichtig ist, dann lass es doch irgendwie in Anführungsstrichen im richtigen Film und lass das wirken und mach daraus meinetwegen auch noch fünf bis zehn Minuten Epilog, wenn es nicht à la Herr der Ringe 3 oder sonstige Filme, die irgendwie nicht enden wollen, wenn es da nicht, wenn es da kein Ende gibt sozusagen. Aber dieses Nachgeklapse und dann dieses ja, stay tuned und äh, ach so Ant-Man kommt natürlich zurück, ne, oder solche Sachen, so à la James Bond, James Bond will return. Ich brauch das nicht, ich will das auch nicht mehr sehen, also ich hab auch keine, also nichts gegen die Filmschaffenden, die wirklich, du merkst ja, ne, wenn man so einen Abspann sieht, Mensch, so viele Menschen waren da involviert und Best Boy und etc. aber ich hab echt keinen Bock mehr auf sowas, weil ich, du hast, nochmal, ich bin jemand, der jetzt immer Abschlüsse braucht, aber ich will mal das Gefühl haben, dass was zu Ende erzählt ist und das ist bei Marvel einfach nicht mehr der Fall und das schockt nicht. Ich weiß, dass das in Comicbüchern genauso ist, aber ich interessiere mich nicht mehr dafür. Das ist langweilend. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie beim Wrestling. Beim Wrestling geht's auch immer weiter. Immer weiter. Ne, das, ja, ähm, ich glaub, wir sind durch, oder? Ich hab echt, ich hab noch so zwei, drei Sachen, die aber wirklich so unwichtig sind, weil, ich hab was im Glück gesagt. Ja, dafür sind wir hier, Timo. Naja, ich finde ja, dass beispielsweise aus, aus den, den wirklich tollen Schauspielern, also, ich find, Michelle Pfeiffer kriegt hier schon so ein bisschen mehr Screentime im Vergleich zu zwei und das nutzt sie, aber allerdings auch über diesen billigen Weg, sie, sie muss was Wichtiges erzählen und kriegt da so Emotionen transportiert. Das find ich macht sie ganz gut, aber ich irgendwie, ich hätte Michael Douglas auch ein bisschen mehr zu tun gewünscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, aber ich bin immer ganz froh, wenn man solche wirklich großen, in Anführungszeichen, alten Schauspieler, die auch lange Zeit nichts zu tun hatten gefühlt, also nicht in dem Film, sondern in der Karriere, auf einer großen Einwand sieht. Das stimmt. Da bin ich immer dankbar. Und ich muss ja auch sagen, ich hatte damals schon einen leichten Crush auf Michelle Pfeiffer, so Dan Rusch-Mainz und so, oder Catwoman, da war ich noch ganz, ganz klein, aber das war schon, na gut, ich bin alt, ja. Ja, nee, aber Michelle Pfeiffer war wirklich und ist auch immer noch toll, jetzt ohne jetzt über ihren Look, ich weiß nicht, wie natürlich der noch ist. Achso, es gibt natürlich auch, also Marvels, zur Marvels DNA gehört mittlerweile ja die Aging, mehr sag ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das muss also auch nochmal gezeigt werden. Ach, ich mag Michelle Pfeiffer auch so gerne und ich muss nach wie vor sagen, dass mit Evangeline Lilly, hm, ich weiß nicht, ob ich die Wasp in diesen Filmen bräuchte und sie kriegt für mich erschreckend wenig zu tun. Ja, sie hat wenig zu tun und ich finde halt einfach, sie unterscheidet sich auch zu wenig von Ant-Man. Gut, sie kann fliegen, aber das war's. Kann sie auch irgendwie, sie kann irgendwie ein bisschen pieksen oder sowas, ne, in der Art. Ja, sie schießt irgendwie so, ja, Energiebälle, ich blick da aber auch nicht raus, also, oder rein, komm, ich bin da durch. Ja, und wie bei vieles, bei Kang hab ich nicht so, also ich hab das, hatte das Gefühl, dass man Kang eigentlich nicht besiegen kann. So, was mir an Kräften von ihm gezeigt wurde, dachte ich, ja, okay, das kriegt ihr nie hin, den zu besiegen. Und dann stellst du dir aber bei, ich finde gerade bei Ant-Man, bei The Wasp und bei Kang so die Frage, was ist denn jetzt genau eure Power? Also, wie genau zeigt sich das denn jetzt? Und gerade bei Kang hab ich mir die Frage gestellt, wie ist er denn auch an diese Kräfte gekommen? Weil das wissen wir ja eigentlich sonst, weil Ant-Man hat den Anzug und The Wasp auch, aber bei ihm. Man kann ja verraten, am Ende von Ant-Man 3 kippt einfach Ant-Man einmal Wasser über Kang und dann schrumpft er halt. Ende. Und dann kommt Arnold Schwarzenegger und sagt, aus der Wiese, Baby. Genau. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ja, sorry, wir haben gespoilert. Okay, bist du fertig? Ja, wollen wir verfahren? Ich bin jetzt böse, bist du fertig? Ich habe fertig. Wenn du wolle, ich kann morgen wieder. Nein, danke. Dann ist jetzt Fazitzeit, weil keiner nach Fazit schreit, aber wir machen es trotzdem. Ich möchte eins klar machen. Ich weiß, was ich jetzt alles hier gesagt habe, klang sehr negativ und so war es auch teilweise gemeint, aber das heißt nicht, dass ich das Marvel Cinematic Universe aufgebe. Dafür ist es einfach viel zu groß und zu omnipräsent und es ist einfach ein unglaublich wichtiger Teil der aktuellen Popkultur. Das kann man nicht totschweigen. Deswegen werde ich auch weiter dranbleiben, nicht bei den Serien, nicht bei allen. Das ist mir dann auch zu zeitintensiv, aber bei den Filmen das auf jeden Fall. Ich sage das schon gar nicht, auf Galaxy's Volume 3 freue ich mich sehr. Aber es hat wirklich bislang kein anderer Marvel-Film hinbekommen, nicht mal solche Nulpen wie zum Beispiel der Zeite Thor, dass ich keinen Bock mehr so richtig habe. Ich kann es nicht anders ausdrucken. Dieser Film, Ant-Man and the Wasp Quantomania, ist an und für sich kein guter Film, aber auch keine Vollkatastrophe, aber es fühlte sich so an. Auch weil hier so viel Potenzial drin steckte. Was ich wirklich nicht mag, ist, wenn ein Film sichtbares Potenzial hat, aber es wird nichts draus gemacht. Und das ist hier der Fall. Auch Quantomania ist nichts weiter mehr letztlich leider als ein zwei Stunden langer Teaser oder Trailer zu anderen Marvel-Projekten. Und um es ganz pathetisch auszudrücken, es bricht mir das Herz. Ich habe wirklich gerne Zeit verbracht in diesem Quantum-Reich. Und dieses Quantum-Reich ist fantasievoll. Ich sagte schon, dieser Film wäre ein wunderbarer Abenteuerfilm mit viel Fantasie und dem Mut, auch mal wirklich ein bisschen Schwachsinn zu machen. Aber Quantomania ist für mich totes Kino, erzählerisch mau. Und wenn das wirklich der Weg ist, wie Marvel weitergehen will, und da jetzt James Gunn das Unternehmen ja auch verlassen hat, habe ich auch wenig Hoffnungsschirme am Horizont. Ich gebe sie nicht auf. Das ist dann der Optimist in mir. Aber Quantomania ist für mich eine Enttäuschung. Es ist der eindreißigste Marvel-Film. Es ist nicht der schlechteste, aber es ist für mich der bislang enttäuschendste. Du bist dran. Ich ende, auch wenn ich im Cast sehr viel gemäkelt habe, doch einen kleinen Ticken positiver, weil ich gebe dem Film ein bisschen was, was wir an Welt sehen in der Quantenebene. Ich gebe dem Film einen herausragend, charismatischen Antagonisten, was das Schauspiel angeht, was seine Backstory angeht, ist das immer noch sehr, sehr schwach auf der Brust. Wer mit Paul Rodds Humor was anfangen kann, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid hier richtig. Was ich dem Film gebe, ist, dass er so ein bisschen der Anti-Thor 3 ist. Das heißt, vorher war Ant-Man eher immer lustig, lustig, ha, ha, ha. Und es geht dann so ein bisschen ernst zu. Dieses Mal hat man das Gefühl, es ist nur ein bisschen lustig und es geht dann doch sehr, sehr ernst zu. Das heißt gleichzeitig, dass die Gags, die da drin sind und die Comic-Relief-Momente doch erstaunlich gut funktionieren. Aber ansonsten ist es visuell teilweise sehr, sehr beeindruckend, teilweise dann auch sehr, sehr generisch. Nichts überrascht allerdings in diesem Film. Das, was mich am meisten überrascht hat, war diese große Star-Wars-Affinität, was den Look in dieser Quantenebene und dieser Welt angeht. Der Rest ist wirklich sehr, sehr austauschbar, sehr, sehr beliebig. Wir wissen beide, dass die Marvel-Fans alle reingehen werden und dass der Film sicherlich mit einem der besten Fibro-Starts aller Zeiten hinlegen wird, weil Leute einfach da reingehen und sie werden es tun, weil es die übliche Marvel-Formel ist. Das ist dann auch totgelutscht, diese Wortschöpfung, aber es ist einfach so. Es ist halt mal kein, wir nehmen einen so-und-so-Film und mixen da unsere Marvel-Formel rein, sondern für mich war es diesmal wirklich die Marvel-Formel pur. Es gibt so ein, zwei Sachen, die man als nette Charaktermomente hätte etablieren können mit mehr Build-Up. Aber ansonsten für mich auch erschreckend schnell nach der Sichtung einen Film, den ich fast schon vergessen habe und an dem wirklich außer der Darstellung von Jonathan Mayers für mich nichts Substantielles hängen geblieben ist. Ihr müsst selber entscheiden, ob euch das die 12,50 Euro wert ist oder ob ihr wieder die zwei, drei Monate warten könnt, bis ihr weiteren Content bei Disney Plus seht. Das müsst ihr selber wissen. Das hast du sehr schön gesagt. Das war ein schönes Fazit. Danke, dein auch. Damit sind wir durch. Das war unsere Besprechung zu dem Kinofilm, der die nächsten paar Tage eure YouTube-Timeline bestimmen wird. Also viel Spaß beim Explain-Videos gucken. Absolut. Abspannszene erklärt. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt Feierabend. Wir haben es verdient. Timo, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise. Ich danke mir auch für meine Zeit und meine Expertise. Ich danke dir auch für deine Zeit und deine Expertise. Dankeschön. Wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren festhalten, aber seien wir ehrlich, das war ein ziemlich guter Podcast. Absolut. Und mit diesem wunderbaren Gefühl beende ich das jetzt hier. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, die haben auch eine Website www.tele-stammtisch.de und bei Social Media machen wir garantiert auch irgendwelches Zeug. Es ist spät, ich bin alt, ich habe keine Zeit mehr dafür. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss und Timo, die Geburt das letzte Wort. Ich muss weg. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.